Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic. Ich bin Joseba und freue mich euch eine neue Serie auf meinem Kanal vorzustellen. Ja, mittlerweile sind es vier Jahre her, seitdem Star Wars The Old Republic das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Sagen wir mal eher, es rausgekommen ist davor, kannte man ja die Beta und alles so und dran. Aber vier Jahre ist es her und ein bisschen mehr, seitdem ich auch ein Let's Play damals auf meinem alten Kanal gemacht habe. Und nun, vier Jahre später, fange ich nochmal wieder an und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Ja, welche Seite spielen wir? Haha, Trommelwirbel. Ich hatte ja meinen Assassinen, den Sith Inquisitor, als Assassinen gespielt und damals waren wir Imperium. Ich habe auch kurzfristig mal die Republik als Jedi Ritter gespielt, aber naja, nie zu Ende und ich glaube bis Level 30 oder sowas. Aber irgendwie war es boring. So, was machen wir diesmal? Ich gehe wieder ins Imperium und muss sagen, ja, alte Angewohnheiten sterben nicht so einfach. Wir gehen, nein, Spaß beise. Ich habe alle Klassen gespielt und Inquisitor Story kennen wir, war ziemlich genial und diesmal möchte ich euch die Story des Sith Kriegers vorstellen. Ich habe einen Sith Krieger damals auf der hellen Seite der Macht gespielt und muss sagen, ich habe mich teilweise einfach nur noch kaputt gelacht, welche Reaktionen als Sith Krieger auf der hellen Seite hervorgerufen werden, besonders bei Jedis. Das war einfach nur herrlich. Ja, und jetzt interessiert es mich halt, wie es läuft mit dem Sith Krieger, diesmal auf der dunklen Seite der Macht. Ah, ihr wisst schon was, zumindest diejenigen, die damals bei mir mein Netzplay verfolgt haben, wissen ja, was so ungefähr erwartet, in welcher Weise. Und naja, gehen wir mal weiter. Und diese ganze Folge hier, oder das ist einfach nur, sag ich mal, eine kleine Einführung in der Charakterstellung und erst ab der wahren ersten Folge gehen wir direkt in die Story rein. So, Charakterstellung, ich denke, wir bleiben beim reinblütigen Sith. Ja, ich hätte noch andere Sachen hier, aber mittlerweile gibt es ja hier auch einen Store, seitdem ich das letzte Mal, sag ich mal, das Let's Play gemacht habe. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten schon normal gespielt, deswegen kenne ich mich auch mit Knights of the Old Republic aus. Und ja, muss schon sagen, wir werden trotzdem ein Sith, ein Sith-Sith spielen, so in der Richtung. Ja. Ich muss sagen, jetzt mal kurz als Vergleich, ihr habt ja gerade die Stimme von ihm gehört. Und jetzt mal den Vergleich zu dem Inquisitor. So, einmal hier weiter, spielt keine Rolle, was für eine Rasse wir nehmen. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Diese Stimme, muss ich sagen, ist einfach herrlich. Schade, dass nicht so eine dunklere Stimme auch beim Krieger vorhanden ist. Aber wer es auf Englisch spielt, kann ich nur sagen, geil. Also die englische Stimme, die hat was. Ich sehe gerade, ein Sith war ursprünglich gar nicht vorgesehen für die Sith-Krieger-Klasse sehe ich gerade, weil da habe ich nämlich so ein Entsperren-Symbol. Hm, das heißt, der wurde entsperrt, wo ich mit dem... Ich werde die Republik in die Knie zwingen. ...die Klassenklasse fertig gemacht habe, okay. Gut, wie erstellen wir unseren lustigen kleinen Sith? Ja, Körperbau, denke ich mal, bleiben wir... Ne, ich glaube, der rollt nur alle nieder. Das sollten wir lieber... Ich weiß nicht, nein. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. So, ist es besser, würde ich mal sagen. Zeit zu wüten. Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Ich werde die Republik in die Knie ziehen. Ja, es gibt nur eine einzige. Die Richtung. So, ich muss mal kurz die Haare wegmachen, das ist einfach furchtbar. Lassen wir so... Können wir nämlich... Keine Bitte, die Fresse halten, ich möchte reden. So. Die Narben. Schauen wir mal. Was haben wir Schönes. Das sieht nice aus, muss man sagen. Ich werde die Republik in die Knie zwingen. Als wären zig Kämpfe verwickelt worden. Auf Leben und Tod. Das sieht nur aus, als wäre er mal... ernstlos, mir Widerstand zu leisten. ...ein bisschen gebraten worden. So, jemand hat ihm wohl ein Messer... ...ins Maul gestopft. Nein. Ah ja. Also, ich bleib bei dem hier. Wo haben wir es gerade, das Ding? Nein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen zu schnell, wahrscheinlich, für den... ...Slider. Da ist es doch. Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Gut. Der Taint. Mit ein bisschen Hautfarbe erstmal. So richtig rot. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Ja, ich glaube, ich bleib hier so. Das ist mehr so dieses blasse... Ich weiß auch nicht. Das sieht so... Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Na, sieht besser aus. Lassen wir so. Daint. Schauen wir mal. Direkt bei 1 anfangen. Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Das hat schon mal was. Machen wir weiter. Oh, das sieht gut aus. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Da sieht man so schön, wie die dunkle Seite schon hier ein bisschen das korrupt gemacht hat. Das ist gut. So. Okay, ich habe... Der Gewinner ist... Da. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. So, Augenfarbe finde ich schon mal ziemlich gut, das, was wir haben. Das sieht schon relativ kräftig böse aus. Äh, Schmuck. Entweder nix. Oder wir lassen es... Also zu viele Piercings, definitiv. Naja, das sieht mir... Naja. Das sieht besser aus. Sieht relativ schlicht aus, aber ich mache das in den Nasen nicht so richtig. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. So wenig, ha? Dann bleiben wir mal bei dem hier. Das sieht ein bisschen so edel aus. So, jetzt kommt das Wichtigste, Leute. Das Allerwichtigste bei einer Charakterstellung. Die Haare. So. Ich werde die Republik in die Knie zwingen. Sieht aus wie ein gerupftes Huhn. Mal ehrlich. Nee, gefällt mir auch nicht. Nee. Das sieht scheiße aus. So. Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Ist ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich top. Äh. Nee. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Das auch nicht. Das sieht aus wie jetzt mit einem alter Opa. Nein, danke. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Ein... Ein Samurai. So. Weiter geht's mit uns. Der Punk. Das wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Hey, erkennt ihr ihn schon? Ich werde die Republik in die Knie zwingen. Halleluja. Gibt's gar nichts Gutes, ne? Hey, Mr. Afro. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Naja, es passt auch nicht, ehrlich gesagt. Okay, ich glaub, ihr wird schon, wo ich hingehe. Der Zwillingsbruder von Reus ist da. Ich werde die Republik in die Knie zwingen. So, Haare. Rötlich oder... Lass ihn mal auf schwarz. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Re... Ass? Ne, ähm... Hm. Probieren wir mal hier was... zu basteln. Ungültiger Name. Warum ist das ein unglücklicher Name? Seriously. Jetzt vielleicht. Oh, es geht. Okay, Leute, das war's für die Charakterstellung Folge 0. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich in der nächsten und richtigen Folge. Mal, ich hoffe, es geht. Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.